Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Heute 13. November 2022. Mein Name ist Nazila Jafari. Wir machen ein kurzes Marktupdate. Zumindest mal meine Pläne. Falls dich interessiert, sehr gerne. Wir reden gleich darüber. November und Kurs Feuerwerk. Also wir haben zumindest mal in den letzten Videos, die 5, 6 letzten Videos, die vor dem Beginn der November hier auf YouTube von mir reingestellt sind, habe ich immer wieder am Anfang oder Mitte oder am Ende des Videos, besonders die letzten Videos im Nahrstag, zum Schluss noch einmal betont. Hey, meine Lieben, es ist November und November ist long lastig. Lass euch bloß nicht erwischen, falls ihr irgendwelche Shorts habt. Man muss immer an die Börse wissen, das ist vor allem Leute, die mir immer wieder geschrieben haben. Ich verstehe jetzt nicht, also wieso sollte plötzlich der Markt nach oben steigen. Ja, seht ihr ja, dass als Sicht der Börsianer und nicht als Sicht der Fundamental oder was weiß ich, was alles die Leute sagen von sich geben, der Markt einfach nicht interessiert, was wir denken, sondern was es ist. Und entweder lernen wir, wie und wann wir investieren oder der Markt wird uns leider, leider immer wieder überraschen. Ich bin der Erste, der, glaube ich, Ende 2021 genügend zum Short und Short-Selling und so weiter auf diesen Kanal eingeladen hat. Und auch wenn viele nicht wollten oder nicht gehört haben, auch im DAX habe ich immer wieder unten gesagt, für mich sind die Muss-Ziele erreicht worden und da drüber, also über meine Muss-Ziele, vor allem oberhalb von 12.410 spätestens, werden wir den Markt nach oben sehen. Okay, wir haben, ich habe ja immer wieder gesagt, ich habe meine Long-Positionen für ein Mindestziel aufgemacht, im Bereich 13.300, 13.530. Das sind die Mindestziele, die ich zumindest mal meine Long-Positionen aufgemacht habe, bis der Day After Fat, also das Video steht hier. Ich habe aber letzte Videos immer wieder nach unten für mich eine Schleusen benannt, den Bereich 13.000 bis 12.935, hält diesen Bereich, werden wir weiterhin nach oben gehen und weiterhin steigende Kurse sehen, gerade weil November ist. Also Korrekturen werden nervig, Korrekturen werden flach aussehen. Außer, diesen November ist total eine Überraschung, also zumindest mal, was ich aber nicht erwartet habe. Man darf nicht die Börse immer nach möchte gerne sehen, sondern so wie es ist. Wenn wir wissen, dass morgen um was weiß ich Uhr hell wird, dann wird uns nicht überraschen. Dann würden wir entsprechend handeln. Und Börse geht sich vorzubereiten auf diesen Ereignissen, um nicht überrascht zu werden. So, also mich wundert es ehrlich gesagt, zumindest mal meine Follower, wenn sie sagen, mich hat das überrascht oder mich hat das erwischt. Ich habe in dem letzten Video direkt Nasdaq nur aufgenommen. Warum? Weil DAX wunderbar ausgesehen hat. Im DAX haben wir über alles besprochen gehabt, solange nicht 13.000 nach unten verlassen wird, haben wir einen wunderbaren Aufwärtstrend, der jetzt fix ist. Da mache ich mir Gedanken über meine Longs zumindest mal. Ich lasse die, die fressen kein Boot mehr. Also ich habe die alle wunderbar in diesem Bereich verwaltet gehabt und kann in Ruhe sehen. Der Day After habe ich euch zu einem Long Einstiegsvokal eingeladen. Rechtzeitig schaut euch mal das Video genauer an. Also das steht hier in YouTube. Das ist zumindest mal über oberhalb von 13.150 spätestens wäre für mich der Markt kurzfristig richtig wieder long. Gut, das haben wir gesehen und jetzt sehen wir in der Big Picture. Was hat der Markt gemacht? Der hat die ganze Zeit, also bei jeder Korrektur im Bereich 13.600, 13.700, dass ich euch auch die benannt habe. Das hat immer wieder Korrekturen gegeben, auch danach. Es ist ja nicht so, dass wir gar keine Korrektur gehabt haben, aber so wie ich gesagt habe, nervig und flach. Das heißt, also für lieben Day Trader zwischen 100 bis 200 Punkte Korrektur und der Markt ist dann oberhalb diesen wieder erst genannten Trends geblieben. Das heißt, jederzeit im November muss man damit rechnen, der Markt geht weiter nach oben. Also, so wie ich die ganze Monate immer wieder jede Abbewegung von den Trends und was weiß ich immer zum Shorten genutzt habe, das war zumindest mal dann für mich in diesem Monat kurzer zu treten. Wenn man shortet und ich bin Trader, ich bringe auch meinen Leuten erst einmal Traden bei, also dass die Details in dem Markt verstehen, aber das was ganz wichtig ist, ist, dass man im November sich nicht auf Shorten groß einlässt, weil wenn der Markt nicht läuft, also dass man erwartet, dann wird es, Gott sei Dank, gibt es zwei Richtungen, dann wird es nach oben gehen. Jetzt ist der jetzige Zustand im DAX. Ich habe letzte Woche geschrieben, am Freitag, ich habe 60% meinen Long im DAX glattgestellt. So, und deswegen zeige ich auch den Big Picture. 60% warum? Weil wir mehrere tausend Punkte uns entfernt haben. Eigentlich die Filetstücken sind ja in diesen Bereichen ja schon draußen gewesen. Der Rest war nochmal eine Zugabe für mich. Wunderbar, warum nicht alles glattgestellt, weil immer noch Monat November ist. So, wir haben, ich habe im Bereich 14.200 ungefähr, 14.240, ich weiß es nicht mehr, interessiert auch keinem glaube ich, in diesem Bereich 60% meinen Long glattgestellt, dass ich in der Nacht, Samstag, Sonntag in Ruhe schlafen kann. Die 40% bleibt es in meinem Depot und ganz wichtig wird ab jetzt für mich der Bereich 14.000 bis 13.900 in FDAX bleiben. Also kann der Markt darüber mit jedem Korrektur sich darüber stabilisieren im Bereich 14.000 bis 13.900 ist der Markt immer noch in Ordnung. Also kann immer noch der Markt weiterhin bis zum Bereich 14.500 oder 14.700 circa steigen. Darf es, aber wie gesagt, für mich ist jetzt der Filetstücken da draußen. Das heißt nur noch, wenn ich was tue im Long, im DAX zumindest mal, würde ich im Day Trading machen. Also Position habe die meisten rausgeschmissen. So, unterhalb der 14.000 und 13.900 wird der Markt wackelig. Ich würde es, wenn Gott will, am Dienstag die Details in FDAX dann zeigen. Allein nur ganz kurz im Bereich der, also Big Picture, wir kommen an den jetzt wieder größeren Mauern an und können wir, sollten wir auch unsere Positionen zumindest mal kontrollieren im, also ich rede wie gesagt im DAX, kontrollieren, dass wir nicht überrascht werden. Okay, zumindest mal hier im großen Big Picture ist alles klar. Ich wünsche es wirklich, dass viele Leute mitgemacht haben. Ich weiß es in Gesprächen, dass viele Leute, die gerade im Monat November oder seit Ende Oktober mit mir reden, Leute, die ich noch nie gesprochen habe und nicht meine Absolventen sind, haben ordentlich in Jahren, also seit Anfang 2022 und die letzte Bewegung im DAX super mitgemacht. Wir gehen hier Schritt nach Schritt vor. Wir haben alles besprochen im DAX, jeden Korrekturen haben wir in kleinen Details besprochen. Also es ist nichts wirklich übrig geblieben. Wichtig im Moment im Bereich 14.340, die wir am Freitag auch erreicht haben, 40 bis 14.500. Diesen Bereich ist für mich gerade sehr, sehr wichtig und nach unten, wie gesagt, 14.000, 13.900. Also schauen wir, was der Markt in diesem Bereich macht und welche Reaktionen es gibt. Für die Hedger sehr vorsichtig, sehr langsam. Falls ihr Hedgen gelernt habt, dann können wir im Detail dann, wie gesagt, vor allem am Dienstag besprechen. Für mich ist, deswegen habe ich meine Position reduziert, dass der Markt, wie gesagt, uns nicht mehr überraschen kann. Soweit, so gut zum DAX Big Picture und wir gehen sehr, sehr gerne jetzt zum Nasdaq. Unser Nasdaq Chart im Details. Wir haben darüber am 6.11., 8.11. und immer wieder seit mehreren Wochen reden wir darüber, dass wir auch im Nasdaq zumindest mal einen guten Blick haben, um Gas und Bremse nicht zu verlieren. Habe ich euch in den letzten beiden Updates und vor allem letzte Update, ihr habt gesehen, ich habe extra nur Nasdaq gemacht. Warum? Weil für mich Nasdaq mehr Potenzial nach oben gehabt hat. Ich habe, wenn du ein DAX Investor warst und deine Position in trockener Tücher war, die ganze Zeit, wie ich gerade gesagt habe, und deinen Stopp eigentlich hattest, du könntest ja im Grunde genommen, als sich der Investor nicht viel machen, außer halt natürlich im Day Trading wieder nach den kleinen flachen Korrekturen wieder Long Einstiege zu suchen. Im Nasdaq meiner Meinung nach war viel interessanter. Habe ich meine Absolventen ja auch gesagt, in Investmentkurs und überall, hey, schaut euch mal den Nasdaq an, jetzt können wir im Nasdaq das Mehrkursfeuerwerk sehen. Also sollte zumindest mal mein Plan aufgehen. Wir haben am 8.11. darüber gesprochen. Erst einmal diesen Stopp, den wir gehabt haben, gehalten, sowieso, sowieso. Der Markt muss im Anschluss über 11.270 gehen, sonst wird wieder erstmal nichts. Also, ne? Also Nasdaq hat echt mit Nerven alle Longies genug wirklich gespielt. Aber ich würde meinen Stopp unterhalb von 10.850, also in diesem Bereich, über einen Stopp reden. Darunter wird der Markt wirklich gefährlich. Das heißt, der macht alle unsere Pläne kaputt. Man muss immer an die Börse, an die zwei Richtungen denken. Ich habe einen festen Plan, festen, also Systematik, was er mir sagt, wohin damit. Aber ich muss immer wieder meine Risiken aussehen. Das heißt, ich habe an diesem Bereich erst einmal das Risiko gesehen. Okay? Wenn da nicht erstmal wieder darüber geht von hier kommend, dann muss ich aufpassen. Der Markt hat eine super Korrektur bis zu dem Stopp-Bereich gegeben und diese gehalten. Am diesen Abend, also am 8. oder wie war das? Am 8. November oder am 9. November, keine Ahnung. Ne, 9. oder 10. November. Also auf jeden Fall an diesem Abend. Ich habe euch auch über Tesla geschrieben in meinen Storys. Ich sammle Tesla. Komme ich gleich dazu. Zeige ich auch ganz kurz den Tesla-Chart an. Wir haben direkt an diesen Stopp gehalten. Direkt. Also es war wirklich für die kurzfristigen, die oder Investoren, die nochmal Gas reingeben wollten. Es war ein Traumeinstieg. Also wie gesagt, für Daytrader, kurzfristige Trader und so weiter. Ich habe in der letzten Video, Nasdaq-Video auch nochmal gesagt, Meine Lieben, November Longlastig, meine Lieben, sollte dann nicht unseren langfristigen Positionen ausstoppen, werden wir 11.700, 11.800 auf jeden Fall ca. 11.900 bis 12.000 sehen. Bitteschön. Am Freitagabend haben wir die Mindestziele nach oben genauso wie angekündigt erreicht. Alles, was jetzt da drüber kommt, ist Zugabe. Also das heißt, wir haben auch im Nasdaq, also ich habe, ich habe auch am Nasdaq, es war ja relativ schmerzfrei, wirklich ratzfatz ist er nach oben und diesen Bereich erreicht, die Ziele erreicht, also könnte man die Filetstücke komplett alles rausnehmen und sich eigentlich nur noch freuen. Was wird im Nasdaq kommen? Wir haben im Nasdaq, wie ich in der letzten Video auch gesagt habe, wir können ohne Problem bis zum Bereich 12.000, 12.030 bis ca. 12.100 gehen. Das wird ein bisschen, ja, meine Denkweise noch Gas brauchen. Also deswegen habe ich meine Position, die Filetstücke rausgenommen und schaue einfach jetzt zu, was der Markt machen wird. Nach unten wird, also bis, die Korrekturen bis zum Bereich 11.700 und 11.550 nicht schmerzen. Das heißt, das ist, das habt ihr, haben wir ja auch gesehen, hat er ja hier auch nochmal einmal eine Korrektur gegeben und oberhalb von 550 gedreht. Wir haben, na, wir sehen ja, was das die ganze Zeit hier dann gemacht hat. Das heißt, hier ist für eine minimale Korrektur nichts passiert, okay? Dann, wir haben aber einen Achtung-Bereich im Nasdaq, der unterhalb von 550, 11.550, 11.450 ist. Da drunter wird nach wie vor, da wo ich hier Pfeile gegeben habe, auch dieses Mal wird dann immer wieder noch problematisch sein. Ich habe Nasdaq-Positionen, die ich aufgemacht habe, zweimal nochmal, seitdem wir, ich zeige es euch sehr, sehr gerne, seitdem wir hier diese Positionen aufgemacht haben, um zum Ziel geführt haben, nochmal, seitdem die Gasgeben-Positionen, die ich im Markt gegeben habe, alles, wie gesagt, ausgecashed, diese Positionen können uns nicht mehr wirklich gerade wehtun. Okay, das heißt, bitte achtet, für die Longis, achtet nach unten auf Bereich 11.550 und maximal 11.450, falls ihr einen kurzfristigen Stopp braucht. Einen längerfristigen Stopp ist 11.270. Also, da ist für mich, wie ich in der letzten Video gesagt habe, der muss dann schaffen, da drüber zu gehen. Das ist jetzt für mich eine kurzfristigen Schleusen. Das heißt, sind wir jetzt nicht da, dahin zumindest mal, also ich weiß es ja auch nicht, was dann passiert. Glaskugel habe ich nicht, ich kann ja nur die besten Bereichen für mich, oder wenn ihr mitmachen möchtet, aussuchen, Gas geben, dass meine Position in wirklich trockene Tücher bringen und den Rest dann einfach anschauen. Schauen wir die Korrekturen an, nach oben, wie gesagt, immer noch die, die bereichte Mussele 11.900, 12.000 bis 12.030, brauchen wir mehr wirklich Vollgas da drüber zu gehen zu können. Und das retierte sich auch nicht, also große Positionen über Freitag, Samstag, Sonntag, Nacht zu haben. Soweit, so gut und super kurzer Update zumindest mal zum Tesla Chart. Das ist mein Tesla Chart. Ich habe hier im YouTube-Kanal mehrfach Tesla in den letzten Monaten den Short-Einstiege bekannt gegeben, habe ich auch gesagt, von welchen Bereichen ich shorte, für Institutionellen und auch viele private Leute haben mit mir mitgemacht. Ich weiß es nicht, ich kenne nur ein oder zwei Leute, die noch mit mir den Tesla als private Investoren immer noch haben. Ansonsten Institutionen, die die Positionen gehalten haben. Jedenfalls, was für euch interessant ist, ist, dass ich am 9.11. geschrieben habe, hier siehe diese Story am Abend, ich werde meinen, also zwei von meinen großen Tesla Short-Positionen glattstellen und werde dagegen jetzt long sammeln. Also, wo waren wir? Im Bereich 177, 178, ich weiß es nicht, so in diesem Bereich waren wir. Ich habe geschrieben, ich sammle jetzt long an. Wir haben gesehen, der Markt ist bis 176 gegangen. Das war in den letzten Videos immer wieder angekündigt, denn ich wollte es unbedingt Tesla als Mindestmusstel 600 bis 530 sehen. Nach dem Split ist diesen Bereich erreicht worden. So, soweit, so gut und jetzt haben wir genau mit dem Kurs Feuerwerk am nächsten Tag auch einen ordentlichen Performance im Tesla gesehen, was ganz vielem, glaube ich, gefreut hat, weil die kurzfristig viele Leute diesen, ich habe am Tag 1000 Views, mindestens meine Stories, dass die viele Leute auch diese gekauft haben, weiß ich zumindest mal und ich freue mich, dass sie gute Performance gemacht haben. Was ganz wichtig ist, denn der erste, immer, der erste Bereich für auch Investoren oder der Trader. Wir haben ja immer noch, also, ich rede von vor dem Split im Tesla. Zwischen 600 und 530 habe ich gesagt, die sind Mindestmusstel, die wir erreicht haben und wichtig wird jetzt für mich, dass der Tesla schafft, oberhalb 197, 200 einfach sich zu stabilisieren. Ganz wichtig, das bedeutet jetzt für die neuen Investoren, bitte unbedingt, wenn ihr könnt, wenn ihr meine Absolventen seid, ihr wisst zumindest mal, was man machen muss. Ich rate immer meine Absolventen am Anfang in den Bestbereichen Vollgas zu geben, die Filetstücken erst einmal rauszuholen, dann hat man auf jeden Fall sein Geld verdient und man kann natürlich, wenn man weiß, wo man machen darf, auch mit den Hebelprodukten oder mit Optionen machen. Das habe ich denen mal zumindest mal beigebracht und wir haben in der letzten Investment Call genügend darüber gesprochen. Okay, wenn ihr das gemacht habt oder wenn ihr mit Hebelprodukten unterwegs seid, müsst ihr jetzt, also spätestens am Freitag oder jetzt bald eure Position zumindest mal in Sicherheit sein. Oberhalb von 197 bis 200 brauchen wir Tesla einfach stabilisieren, um 210 bis 217 als Mindestziele dann zu sehen. So ist erst einmal momentan, ich werde es aber schauen, dass ich am Dienstag, auch wenn ich dann über den DAX im Details rede, auch über den Tesla rede. Das ist jetzt einmal ganz wichtig gewesen, weil ich im Stories und so weiter nicht großartig darüber reden könnte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen, zumindest mal für eure Long Positionen, falls jemand mir Vertrauen geschenkt hat die letzten Tagen, falls ihr Long Positionen aufgemacht habt. Ich hoffe, dass ihr richtig gut gewonnen habt und ihr habt jetzt zumindest mal Anhaltspunkt, wo ihr was machen könnt. Und wie gesagt, jede Long muss ganz sicher jetzt abgesichert sein, weil wir sind jetzt Mitte November und eigentlich sind die die besten Zeiten schon draußen. Also man kann nur noch abwarten und sich freuen, wenn es weitergehen sollte und wenn Korrekturen kommen, dass man nicht mehr überrascht ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, alles, alles Liebe meine Lieben, wünsche euch einen wunderschönen Abend, bis dann.